Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. TomTom Gull 6201 BL 6.002.01 Navigationsgerät. Das niederländische TomTom Unternehmen produziert schon lange die Navigationsgeräte für die Länder von Europa und von Nordamerika. Und vor kurzem hat das Unternehmen sich auf die Länder Osteuropas, Asiens und Lateinamerikas konzentriert. Das Gull 6200 Navigationsgerät ist das populärste Modell in unserem Vergleich. Es ist mit einem 5 Zoll oder 6 Zoll Display verfügbar. In unserem Test erzählen wir Ihnen über das Navi mit einem 6 Zoll Display. Es hat eine schöne Optik und auf der Frontseite gibt es keine Tasten. Und auf der Rückseite befindet sich eine aktive Magnethalterung. Es ist sehr bequem, dieses Navigationsgerät zu befestigen oder abzunehmen. Nummer 4. KAVAS 7 Zoll Europe Traffic GPS Navi Navigationsgerät. Das letzte Modell in unserem Vergleich ist das K379 Navigationsgerät von KAVAS. Dieses Navigationsgerät wird mit einem Saugnapf zu der Frontscheibe befestigt. Der Saugnapf wird wiederum zu dem Navi mit einer speziellen Halterung befestigt. Alle Anschlüsse befinden sich auf der linken Seite des Navigationsgeräts Mini-USB, MicroSt-Karten-Slot und Mini-Jagd-Ausgang für Kopfhörer. Auf der Frontseite des Navis gibt es nur ein 7 Zoll Display. Die Navis mit einem 7 Zoll Display sind sehr populär auf dem Markt, denn mit Hilfe von diesem Gerät kann man die Autostraßen und Gebäude besser durchsehen. Und dabei können Sie keine Sprachnavigation verwenden. Ein großer Bildschirm ist nicht nur für Navigation vorgesehen, sondern auch für Anschauen der Filme, Wiedergabe der Musik, Betrachten der Bilder und sogar für Cool Games. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Garmin Drive Smart 61 LMTS Navigationsgerät. Garmin das amerikanische Unternehmen, das schon 28 Jahre die GPS-Technik sowohl für Straßentransport und Seetransport als auch für Luftverkehr herstellt. Dieses Navigationsgerät ist mit einem 6.95 Zoll Display ausgestattet. Die Auflösung dieses Navis beträgt 1024 bei 600 Pixel. Es ist zu sagen, dass dieses Navi einen hochwertigen Bildschirm besitzt, auf dem die Informationen wie Endschriften und Gebäude scharf angezeigt werden. Auf der Rückseite gibt es eine spezielle Öffnung für die Befestigung der Halterung. Die Halterung besteht aus zwei Teilen, ein Saugnapf für die Windschützscheibe und den Halter, der in das Loch am Gehäuse des Gerätes eingesetzt wird. Nummer 2. TomTom Vier 135 LMUROP Traffic Navigationssystem. Sie verstehen, wie es wichtig ist, wenn Sie Auto fahren, volle Konzentration während des Fahrens zu haben. TomTom Vier 135 LMUROP Traffic Navigationssystem ist der beste Helfer für unterwegs. Dieses Navigationsgerät hat eine neue Funktion Speak & Go. Dank dieser Funktion kann man verschiedene Sprachbefehle geben und dabei bleiben die Hände stets sicher am Lenkrad. Sie können sich auch dabei voll und ganz auf das Autofahren konzentrieren. Um Speak & Go Funktion zu aktivieren, soll man auf dem Bildschirm auf ein Mikrofon-Symbol drücken. Und dann können Sie freisprechen, um verschiedene Einstellungen einzurichten oder ein Reiseziel einzugeben. Und die Nummer 1 unserer Liste. Garmin 350 LMT 10 Navigationsgerät. Das Garmin 350 LMT 10 Navigationsgerät ist ein ausgezeichnetes und kleines Hilfsgerät für jeden Fahrer. Dieses Modell hat 5-Zoll-Bildschirm-Diagonale. Dieses Gerät hat auch ein stilvolles und bündiges Desichen. Mit Hilfe von diesem Navigationsgerät kann man die Routenplanung einfach optimieren. Es ist zu bemerken, dass das Garmin 350 LMT 10 Navigationsgerät mit verschiedenen und nützlichen Funktionen ausgestattet ist. Das sind Fahrerwarnungen, Garmin Real Directions, Foursquare, Fahrspurassistent mit Kreuzungsansicht und Verkehrsfunk. Dieses Navi ist auch mit einem Touch-Farb-Display ausgestattet, dass Sie die Route einfach wählen können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.